Baptiste, sieh mal her. Das hier ist der Eingang zur Felsenschlucht. Er wird sicher bewacht werden. Wenn das der Fall ist, treffen wir uns hier. Ich muss aber wissen, aus wie viel Mann die Wache besteht. Du darfst dich aber nicht schnappen lassen. Sind sie auch. Wenn die Schlucht nicht bewacht ist, schleichst du bis hierher. Dann kletterst du den Berg hinauf und versteckst dich oben im Dschungel. In einer halben Stunde kommen wir nach. Sei leise, mein Junge, und so vorsichtig wie möglich. Die Charvantes können sehr ungemütlich werden. Pass auf, du musst immer im Dschungel bleiben und versuche, allen Wegen auszuweichen. Masch, du musst. Ach, warum lachst du? Nimm gefährlichst die rechte Hand dazu. Bitte nicht. Wunder tun noch sehr weh. Gefähr, ich mache es selbst. краier, steuere, steuere. Beheld�. Attra acht Kör FS Untertitelung des ZDF, 2020